Der Flug vom Foodland ist im Flut-City gelandet. Oh, wie wunderschön! Oh, wow! Hi! Mir geht's gut. Zeit für einen Snack! Oh, hi! Ähm, lecker! Leute! Oh, nein! Das ist ja schrecklich! Hilfe! Rette uns! Ich hab mich verlaufen! Oh, nein! Meine Sachen! Ach du Schreck! Ich hab's satt wegzulaufen! Ah, was für ein schöner Abend, hm? Oh ja! Alles okay, Kumpel? Vögel lieben Kekse! Piro, wir müssen ihm helfen! Fühl dich wie zu Hause! Ich muss in die Küche gehen! An die Arbeit! Schon besser! Äh, warte. Ich hab eine Idee. Geh rein. Okay. Ist das normal? Oh, ja. Ich fühl mich wie ein frischer Cookie. Mach's gut, Cookie. Danke. Nein, ich kann nicht gehen. Diese Stadt braucht einen Helden. Freiheit. Freiheit. Yeah. Was ist das? Die Soße ist verdorben. Bin gleich wieder da. Aha. Na, komm schon. Wo bin ich? Perfekt. Nein, nein, nein. Ah, der will mir helfen. Hopp. Hä? Hör auf damit. Hör. Komm her, du kleine. Nein. Niemals, ich bin schneller. Wie ist das? Gib die her, sofort. Hol sie dir doch. Autsch, 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 Autsch. Ähm. Hä? 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 Okay, genug ist genug. Nühe. Nein, 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 nein. Warum nicht? Weil ich dir helfen kann. Siehst du? Äh, okay. Benimm dich. Hm. Oh, oh. Das muss weg. Ich hab da so ein Gefühl. Äh. Ähm. Was? Als hätte ich etwas vergessen. Okay, war wohl nicht so wichtig. Da hast du absolut recht. Oh. Okay, sie ist fertig. Vorsichtig, die ist heiß. Oh, fantastisch. Und jetzt. Ah. Wird's Zeit, sie zu probieren. Lecker. Wow. Okay, okay. Probier mal. Danke. Oh. Ah. 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 Du bist so ein tollpatsch. Mach das gefällig sauber. Äh. Ah. 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 Ich werde dieses Essen-Challish sofort verputzen. Oh. Ah. 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 müssen da so viele Noin stehen? Ah. 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 dass du deine Schulden abgearbeitet hast. Zum Leben und Schlafen? Vielleicht auch zum Essen? Du wirst essen, wenn du kochen kannst. Ich werde mein Bestes geben. Was ist das für eine Frucht? Komm schon, du hast Hell's Kitchen schon tausendmal gesehen. Tja, YouTube, deine Tutorials bringen nichts. Vorsicht. Niemals, ich hab's geschafft. Der erste Versuch. Naja, irgendwie. Ja, da fehlt noch Soße. Ich bin ja schließlich im Restaurant. Oh, vielleicht die da. Was ist das für ein Gestank? Der riecht wie Omas Füße. Der Chef sollte mir einen Risikobonus geben. Boah. Ach, herrje. Die Rechnung wird noch höher. Wenn meine Kreditkartenschulden auch so verschwinden würden, wer war das? Oh nein. Das dritte Mal diese Woche. Oh, geht's. Ich werde für immer hierbleiben. Boah. Sorry, Ungeziefer. Piro muss den in die Küche zurückbringen. Autsch. Wo ist das? Wo ist der Käse aus meinem persönlichen Vorrat? Der kostet dich einiges. Und du riechst nach ihm. Ich sauge gerade den Druck von teurem Essen in mich auf. Da ist er. Du bist erst mal aus der Schusslinie. Nimm einen Bissen und du bekommst Ärger. Schon klar. Geht's dir gut? Heilige Pommes. Was hast du gemacht? Ich hab das perfekte Steak gemacht. Nicht schlecht. Endlich kann ich essen. Guten Appetit. Eine Dame möchte ein Steak. Hier ist es. Oh nein. Mein Schatz. Wenn es eine Dame schmeckt, kannst du hier aufhören. Verdammt. Ich hab verstanden. Die Dame verlangt ein weiteres Gericht von diesem Koch. Ja. Du kannst kein guter Koch sein. Wenn du gewinnst, fresse ich meinen Hut. Und ich wünsche einen guten Appetit. Zeit für die geheime Zutat. Pizzerlieferung. Danke. Bist du bereit aufzugeben? Ich bin bereit zu gewinnen. Hm. 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 Lecker. Deine Pizza ist fantastisch. Hm. Hm. Mit Salz schmeckt es besser. Das rate ich dir als Koch. Hm. 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 Jetzt sind wir hier. Guten Morgen. Wir haben reserviert. Willkommen. Hier ist ihr Zimmerschlüssel. Vielen Dank. Ich bringe sie aufs Zimmer. Es ist so schön hier. Hm. Hier ist es. Was? Das kann nicht sein. Hä? Oh nein. Piro, nein. Bitte. Bitte, bitte. Können wir dieses Zimmer haben? Können wir dieses Zimmer haben? Willi? Tut mir leid. Da kann ich nichts tun. Aber es muss doch noch ein anderes Zimmer geben. Na ja, schauen Sie sich doch erst mal Ihr Zimmer an. Danke. Oh. Ich... Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Erholen Sie sich gut. Hm. Schau dir mal diese Aussicht an. Ja. Ja. Ah. Ups. Wir sind verdammt. Ein zerbrochener Spiegel. Zimmer Nummer 13. Ja. Ah. Auf diese Reise habe ich mich schon so gefreut. Mach doch nichts. Oh nein. Es geht schon los. Siehst du, ich habe es doch gesagt. Sag Tschüss. Oh nein. Eine schwarze Katze. Ach, komm schon. Gehen wir. Piro, wir sollten da nicht hingehen. Bist du wirklich so abergläubisch? Siehst du? Mir ist nichts passiert. Siehst du? Ah. Piro. Oh nein. Was mache ich jetzt? Aha. Die werden ihn retten. Eine Biene hat meinen Freund gestochen. Er hat eine allergische Reaktion. Wir kommen. Keine Sorge. Wir flicken ihn wieder zusammen. Warten Sie. Stopp, stopp. Nehmen Sie ihn nicht mit. Was machen Sie? Piro, warte. Viel besser. Dir geht's gut. Ja, so gut wie neu. Oh. Au. 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 Na, wenigstens ist nichts gebrochen. Ih. Ein Ding zu der Kaffee. Das ist der Kaffee. Das ist der Kaffee. Was ist los? Na, komm. Ich gehe nicht am Eimer mit Farbe vorbei. Ach, da passiert schon nichts. Guck. Ah, ich wusste es. Es ist ein Albtraum. Ein echter Albtraum. Ich muss was tun. Aber was? Wir werden diesen Urlaub nicht überleben. Ich weiß. Ganz einfach. So ist besser. Guck. Kein Pech mehr. Fantastisch. Ich bin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich bin der King der Schärfe. Ich hatte Babynahrung, die schärfer war. Was? Ich fordere dich zur pikanten Challenge heraus. Akzeptiert. Feuerschlucker ist dein zweiter Vorname. Bekomme ich etwas Wasser? Sorry, Kleiner. Aber wir haben schon angefangen. Jetzt wird's scharf. Das ist unser neues Angebot. Schau zu und lerne. Runde 3 wird dich überraschen. Versprochen. Gib jetzt nicht auf. Die nächste Runde wartet auf dich. Komm schon, Champ. Ich verspreche, ein Jahr zu trauern, bevor ich wieder heirate. Diese Dinger haben 95 fast unser Restaurant niedergebrannt. Die Rechnung, bitte. Bitte. Das ist der 6. diese Woche. Vielleicht sollte ich da eine Matratze hinlegen. Zeug, was du drauf hast, Spießer. Zeig ihm Feuer. Du bist wirklich Feuer und Klamme. Kinderleicht. Krass. Als ob ich flüssiges Feuer getrunken hätte. Hilfe. 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 Das hast du verdient. Oh, Piro. Das wird helfen. Hätte ich mir denken können. Haben wir gewonnen? Oh, da bin ich mir nicht sicher. Aber verloren haben wir nicht. Piro, bring mir den Kaffee, bitte. Aha. Hm. Hm. Oh. Oh Mann. Autsch. Ah. 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 Lisa, keine Sorge. Lisa, wo bist du? Lisa, das ist nicht witzig. Was? Was? Was ist das? Ah. Lass mich runter, du Affe. Ah. 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 ota,اah. Ach. Ah. Ah. Aha. Ah. 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 Wird Zeit für ein Makeover. Mir ist echt übel. Schon besser. Soll das ein Witz sein? Ich vermisse Piro total. Ich sehe dich. Das ist ein sehr großes Problem. Super. Lisa, ich rette dich. Piro, bist du es wirklich? Ja, und ich bin bereit für den Kampf. Bigfoot, ich komme zurück, um nach dir zu sehen. Oh je. Ah, es kommt das Monster. Kein Grund zur Panik. Das ist nur die Pizza. Ihre Bestellung. Großartig, danke. Mein Trinkgeld. Ich habe kein Geld mehr. Oh. 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 Ich bin jetzt noch so satt. Ihr steht auf Horror? Bitte sehr. Au. Euer Leben wird zum Horrorfilm. Au. Das wird ein Spaß. Für mich. Ich habe das Messer vergessen. Toll. Danke sehr. Du siehst müde aus. Ich muss aufs Klo. Ich bin eine Mumie. Ein wunderbarer Tag. Ich bin etwas. Natürlich ist das für mich. Nice. Ein Monster lebt in unserem Müll. Das kann doch nicht sein. Wir verstecken uns da. Und geschafft. Ist das dein Ernst? Mhm. Was? Die Tür war zu. Das ist ein echter Zombie. Nee, das ist der Lieferjunge. Vergiss deinen Trinkgeld nicht, du Zombie. Okay. Nicht bewegen. Sauber. Wow. Das ist widerlich. Also, das ist die neue Schülerin. Ich möchte euch daran erinnern, dass wir dieses Wochenende campen gehen. Wo ist das neue Mädchen? Ich komme wieder. Was? Lasst uns die Zelte aufstellen. Hm. 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 Hm? Hm. Hm? Hm. Neues Mädchen, du bist dran. Brenne. Okay, ich verstehe schon. Brenne. Mach mal Platz. Voila. Tisch, bitte. Voila. Sei nett zu dem neuen Mädchen. Bitte sehr. Guten Appetit. Igitt. Das wirst du mir büßen. Ich werde Essen bestellen. Hallo, hallo. Was ist los? Ich muss es aufladen. Du kannst hier nichts aufladen. Warum? Weil wir im Wald sind. Was? Nein. Danke, Fremder. Ich kenne eine gruselige Geschichte. Okay, eine Geschichte noch. Es wird Zeit zu schlafen. Oh. Hey. Ich habe Angst. Ich weiß. Kann ich neben dir schlafen? Oh. Das ist die perfekte Stelle. Danke. Bitte sehr. Wer ist da? Wer ist da? Was ist passiert? Geld, Geld, Geld. Gut gemacht. Tut mir leid. Was? Ich bin mir. 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 Untertitelung. BR 2018